hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play create ja diese folge wie schon gesagt wird eine planungsfolge also ja planen wir etwas was für planen wir wir planen unsere base genau wir haben es schon wie ihr seht den autografter letzte folge gemacht und ich habe jetzt mal das große windklopapier dings sprachen lernen babbel gemacht genau und jetzt haben wir hier unseren schicken ofen angeschlossen haben einen lavatank der gut dafür da ist um hier sehr viel zu schmelzen und ihr seht schon es sind noch ein paar mehr leute mit auf dem server und zwar einmal der liebe slicks sprachen lernen babbel nicht nennen soll und der passkanal der möchte aber momentan nicht mit im video sein nein ich möchte nicht kann man verstehen ja die bauen jetzt irgendwo ihre base zusammen ich weiß nicht genau wo außer dass vorne bei der schlucht irgendwas passieren soll oh und da ist er gestorben lol genau ja dann würde ich aber sagen da haben wir nicht ganz so viel in minecraft rumsonen oder schreiten zu tat genau damit ihr es ja auch seht haben wir jetzt hier paint geöffnet und ja erstmal die grundidee ist ja natürlich dass wir jetzt einmal ein boden haben und würde ich jetzt einfach sagen bombe hier ein gebäude drauf ganz stumpf aber in dem gebäude soll es dann noch mal verschiedene stockwerke geben und dann hier ein stockwerk das machen wir jetzt mal in hellerem grau und wir noch ein zweites stockwerk sprich oben können wir keine ahnung betten bauen zweiten kommt dann die crafting area dritte kommt dann die kleine essen fahren können wir machen und dann gibt es aber auch noch ein weg nach unten und zwar in form eines großen fahrstuhls und wenn man dann hier runter fährt wenn wir jetzt mal schauen hatte ich mir hatte ich geplant so eine riesige halle hat und diese riesige halle die soll dann unsere unser lager werden also sprich man kann dann hier von dem glas aufzug dann hier in alle richtungen schauen wir haben wir hier überall so kleine kisten stehen sprich hier wäre eine kiste und so weiter also alles voller kisten da wir jetzt momentan die neue nicht die neue sondern doch eine neue wird mit am start haben und zwar hier diese store store smart da können wir irgendwie bis zu 100 stecks in einem ding lagern also das ist schon mal sehr fortschrittlich finde ich jetzt ist die sache halb wir brauchen die ganze materialien für den fahrstuhl wir müssen erst mal gucken dass wir unten alles aushöhlen können sprich jetzt erstes wenn natürlich das gebäude dran denn um das wird alles aussohn bräuchten wir schon einen bohrer und welcher bohrer eignet sich da nicht besser als der aus create life 2 genau den nachzubauen das könnte etwas dauern das hätte ich glaube ich alles off cam fahren sprich ihr kriegt das dann gar nicht mit ihr seht deshalb nur wenn er steht ja ich habe jetzt mal ganz kurz noch die zeitung fertig gemacht und kurze erklärung werden vier stockwerke eigentlich fünf mit dem erdgeschoss und sechs mit dem untergeschoss hier sind die kisten also komplette lager hier haben wir dann entscheidenden bereich hier dann raffinerien oder der war und ja klingt doch noch eine plan also finden dass ihr englisch hatten habt macht's gut und schau bei redgamer und dann ja 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 ja